Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check in der neuen Handelswoche. In Amerika gab es ja am Freitag wieder neue Rekorde, aber von dieser Euphorie, von dieser guten Stimmung ist hierzulande eher weniger zu spüren. Die Indikationen deuten darauf hin, dass wir im Bereich 15,620 eröffnen, wer sagt, es sind schon Kurse da, 15,637 sind es, also ein leichtes Minus. Die Anleger sind erstmal in abwartender Position, weil man sich am Mittwoch das FED-Protokoll anschauen will, das ist eine. Man will hier weitere Hinweise darauf, wie weit wir von Zinserhöhungen entfernt sind. Dann US-Börsen heute geschlossen. Und ja, deswegen ist auch hier eben die Kaufhaltung etwas zurückhaltend, wie gesagt. Und deswegen bewegen wir uns weiterhin in unserer angestammten Seitwärtsbewegung, die wir hier begonnen hatten, Anfang Juni. Und da sind wir jetzt ja wunderschön seit eben einem Monat in dieser Range. Ein, zwei kurze Ausreißer gab es nach unten, nach oben hin eben noch nicht. Kein Ausreißer, deswegen gibt es auch für uns jetzt keine große Veranlassung, hier in die eine oder in die andere Richtung was zu tun. Es könnte sich, wie gesagt, über den Sommer weiter fortsetzen, weil die Umsätze natürlich auch abnehmen, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass es auch etwas volatiler werden kann, wenn weniger große Orders ausreichen, die Märkte vielleicht in die eine oder in die andere Richtung zu schieben. Vielleicht noch ein Wort dazu. Die 200-Tage-Linie, die läuft in etwa im Bereich 14.100 Punkte. Also da sind wir schon auch noch 1.500 Punkte entfernt. Und das predige ich ja auch schon seit ewig Zeiten, dass wir uns irgendwann mal annähern müssen. Die Frage ist halt, ob wir das im Bereich 15.000 tun oder 14.500 oder erst weiter oben. Das ist immer so die Frage. Aber es wird definitiv so kommen. 15.630, also wenig los. Und das scheint sich auch im weiteren Tagesverlauf nicht groß zu ändern. Spannend wird es eher auf Einzelaktienseite und da verweise ich natürlich auch immer auf unsere Homepage oder auf unser Magazin. Da sind die spannenden Sachen dabei. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz einen angenehmen Handelstag. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Tschüss.